Hi, hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich wurde getaggt von der Kleen Melle, Link ist in der Infobox, und zwar der First World Problems Tag. Problemzonen Tag. Ich habe keine Problemzone, ich bin eine Problemzone. Es sind 10 Fragen und die werde ich jetzt für euch beantworten. Also es wird heute, ich bin sehr braun im Gesicht, ich verbringe ganz, ganz viel Zeit in der Sonne momentan. Also ich gehe sehr viel zu Fuß und die Sonne scheint mir jeden Tag ins Gesicht. Ich fühle mich sehr, also ich finde echt, würde ich jetzt an der Kamera einstellen? Ich weiß, sie ist ja aus wie Roberto Blanco, oder? Nee, ähm, nee. Ich habe mir gedacht, ich mache heute diesen Tag und dann habe ich vor, und ich möchte bitte, dass ihr da ein Feedback zugebt. Montags Wohnvideos und freitags mal ab und zu, so wie früher, dass ich mal alles, was mich so beschäftigt, einfach auf diesem Kanal behandle. Beziehungsweise, was heißt alles, was mich beschäftigt. Alles, was nicht direkt mit Wohnen zu tun hat, sondern mit mir persönlich. Ähm, lasst es mich wissen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und jetzt kommen wir zum Tag. Nächste Woche Montag geht meine Hochzeits-Deko-Serie wieder los, also unbedingt einschalten. So, 10 Fragen und zwar Frage 1. Oh, falsches Video. Hallo. Hallo. Dort ist einfach Hallo. So. Ähm, was ist deine Konfektionsgröße? Ich glaube, meine Konfektionsgröße ist 50. Bei Männern ist das ja anders. Also, ich trage M. Mit welchem Körperteil bist du unzufrieden und warum? Mit meinem Bauch, weil ich habe mal 13, 12 bis 13 Kilo mehr gewogen und ich hatte so einen Schwabelbauch. Den habe ich immer noch, aber es dauert extrem lange, bis der weggeht und da arbeite ich derzeit dran, dass der weggeht und dass der Fujikago geht. Und das ist so meine Problemzone, an der ich am meisten zu knabbern habe. Also, wenn du etwas zu deinem Vorteil ändern könntest, was wäre es? Ähm, zu meinem Vorteil? Ich würde nochmal eine Zahnspange tragen. Das würde ich machen. Ich habe schon mal eine getragen und ich würde es nochmal tun, weil ich habe meine weiße Zähne nicht ziehen lassen und dann sind so ein paar wieder schief geworden. Und wer eine feste Zahnklammer hatte, weiß, was das für Qualen sind. Und da ärgere ich mich, dass das nicht mehr ist. Wie stehst du zu Schönheits-OPs? Ich finde es okay. Ich sage immer so, my body, my rules, also mein Körper, meine Regeln. Natürlich gibt es da Menschen, die das echt übertreiben, aber da sage ich dann auch, okay, wo ist denn dieses Maß zwischen äh und äh? Ich glaube, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde nicht einfach irgendwas machen. Ich denke, wenn jemand das machen möchte mit seinem Körper, dann soll er das tun. Bei einem geliebten Menschen, ähm, da sieht man das immer noch ein bisschen anders. Man darf auf gar keinen Fall die, äh, Risiken vergessen, weil das ist wichtig. Und ich würde nicht sagen, Schönheits-OPs sind normal, denn das sind es nicht. Das ist ein Eingriff, man ist unter Vollnarkose und es wird was verändert, was nie so war, ne? Ähm, ich finde es aber okay, wenn es jemand machen möchte. Ich würde da niemanden verurteilen. Ich selbst würde es auch tun. Was nervt dich an Modekonzernen? Also bei Zara zum Beispiel hat mich genervt, dass ich, als ich noch ein bisschen mehr auf den Hüften hatte, keine Jeanshose bekommen habe, weil keine dieser Hosen über meinen Arsch passte. Das hat mich immer so, das hat mich immer so geärgert. Man darf nur als Hungerhaken bei Zara einkaufen. Das, das ist so, ja. Wo kaufst du gerne Klamotten an und warum? Mittlerweile sehr, sehr gerne bei Karstadt, weil Karstadt in Lübeck hat, ähm, äh, jetzt eine junge, äh, Abteilung quasi. Und, ähm, finde viele Marken, die mir gut gefallen. G-Star zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber sie sitzen so gut an meinem Hinterm, dass ich da gerne einkaufen gehe. Und H&M finde ich auch ganz gut. Und bei Zara, wenn mal irgendwie ausgefallene Oberteile da sind, dann schlage ich auch zu. Was findest du an dir selbst attraktiv? Ähm, ich selbst finde an mir attraktiv meine Augen, weil ich dieselben Augen habe wie meine Mutter und sie mir sehr gefallen. Also, finde ich zumindest. Das finde ich attraktiv. Ähm, ist das eingebildet, wenn man das sagt? Nein, finde ich nicht, oder? Findest du dich hübsch? Ich finde mich nicht hässlich. Ich denke, hübsch ist wieder so eine Sache, jeder findet etwas anderes hübsch. Und ich weiß nicht, ob ich mich hübsch finde. Ich bin aber zufrieden mit meinem Aussehen. Ich bin nicht unzufrieden. Welche Tricks verwendest du, um deine persönlichen Problemzonen zu kaschieren? Ich habe zum Beispiel hier immer so Augenringe. Heute habe ich nichts drauf gemacht. Sonst nehme ich da zum Beispiel Concealer. Und wegen dem Bauch, da gibt es so für Herren Hemden, so Unterhemden, die einfach enger sind. Und den Bauch speziell für den Mann flach halten. Das trage ich zum Beispiel auf Events, bei Fotoshoots oder so. Da trage ich das. Was soll sich da draußen in der Welt oder an dir selbst ändern? Sondern ich würde mir wünschen, dass die Menschen nicht mehr nur das Negative zuerst versuchen zu erkennen, sondern das Positive sehen. Und dass man mehr aufeinander achtet. Also nicht so, ich habe zum Beispiel neulich was gemerkt. Ich bin in die Innenstadt gegangen, da kam ein Fahrradfahrer entgegen, der hat seinen Wohnungsschlüssel verloren. Ich habe versucht, ihn leer zu pfeifen. Und der war so schnell weg, ich konnte nichts mehr tun. Und habe dann diesen Schlüssel genommen und bei der Touristeninformation am Holzentor aufs Telefon oben einfach gelegt. Und als ich zurückging nach Hause, ein paar Stunden später, kam mir dieser Mann mit seinem Fahrrad entgegen und er suchte ganz verzweifelt. Und ich fragte ihn, suchen sie ihren Schlüssel? Und er sagte ja. Und dann habe ich gesagt, liegt bei der Touristeninformation oben auf dem Telefon. Und er hat seinen Schlüssel wieder gefunden. Ich finde so, mehr aufeinander achten, auch wenn man sich nicht kennt, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich möchte euch taggen. Ich tagge euch. Und zwar, wenn du YouTuber bist, dann kannst du gerne ein Video machen und mir das gerne unten per Link in die Kommentare posten. Aber ich möchte euch meine Zuschauer taggen. Macht einen Kommentar mit 123456-819 und eure kurzen Antworten darunter. Ihr müsst ja keine Romane schreiben. Das würde mir gefallen. Macht mit. Und denkt an die Schmetterlinge. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Piosetipps. Piosetipps. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über positives Feedback. Und nicht vergessen, vielleicht Freitag sehen wir uns schon wieder, aber auf jeden Fall Montag mit einem neuen, sehr, sehr schönen Deko-Tipp zur Hochzeit zum Selbermachen. Kann man aber auch für eine Gartenparty nehmen oder für ein romantisches Dinner. Also einschalten, nicht vergessen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, poste es gerne auf Facebook oder Twitter. Ich würde mich über deinen Support sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Euer Wohnprinz Bastian. Tschööö. Und heute den Do-It-Yourself-Check. Tadaaam. Eine neue Kategorie. Und El Lumposch wollte euch nochmal Hallo sagen. El Lumposch. Ich habe ihn El Lumposch. Eure Dose, die ist jetzt hier voll. Wir brauchen Sprühfarbe in der...